Moinsen! So, neuer Abend, neuer Akku. Wieder nur ein. Jetzt ist bewirkt geworden, das ist allerdings auch schon spät Abend. Früher, später, ach egal, später als ich wollte. Vorhin hat die Sonne noch geschienen, ich hatte einen ND-Filter vor, den habe ich noch rausgenommen. Eigentlich hatte ich vor, heute Abend langsam und fast nur flach zu fliegen und ein paar Gaps zu finden. Jetzt ist es aber so, dass ich noch schnell, weil ich hatte ja im letzten Video gestern quasi gesagt, dass mir die Raids noch nicht passen. Jetzt habe ich pornöse Raids eingestellt, einfach mal um zu sehen, wie das geht. Also es könnte sein, also ich muss mich jetzt erst mal dran gewöhnen, dass es jetzt wahrscheinlich wieder nur rumgetuckelt oder sowas, aber es könnte sein, dass der Flug ganz kurz ist, weil wenn er jetzt voll abgeht, ja, dann ist das so. Also, Akku ist drauf, dann baue ich jetzt die Kamera hier ran und dann geht's los. Oh ja! Garstiger. Aber, aber Hände mal. Wow! Doch einiges garstiger. Ja, mal gespannt. Was da passiert. Look back. Wow. Ganz anders. Da muss ich jetzt aber, aber das ist, ja, das ist aber schon die Richtung, wie ich es haben will. Jetzt muss ich mich nur dran gewöhnen, wie weit ich die Sticks brauche. Das muss ich auf der Rollachse, aber ich auch Achse, ich auch auf der Rollachse. Nice. Das ist gar nicht so schlecht die Raids. Gar nicht so schlecht die Raids. Jetzt bin ich schon wieder die ganze Zeit so hoch. Oh, geht ab. Ja, das ist die Rolle, die ich haben wollte. Also die Rolle, auf der Rollachse, die Raids, das scheint mir, scheint mir zu gefallen. Ja, das ist gut. 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 Gar nicht so verkehrt. Gar nicht so verkehrt. Also das ist jetzt nicht das Gefliege, was ich vorhatte für heute. Aber ich muss mich jetzt wirklich an die Raids gewöhnen, aber mir gefällt es. Ganz anders. Ganz anders. Man hätte es natürlich auch immer so ein bisschen in so einem Simulator testen können, aber irgendwie bei dem Wetter. Das ist so ein kleineres Gericht zu machen. Wow. Das war knapp. Okay. Die Rolleachse ist geil. Perfekt. Bei der Yor-Achse bin ich mir noch unsicher. Das ist wohl auch ganz okay. Okay. Mit Yor kann man auch klackern. Ja. So. Ah, da hatte ich was vor. Wer sich auskennt, weiß was ich vorhatte. Ich hab mich nicht getraut. Ja. So in die Richtung. So. Bin ein bisschen am schwanken, merke ich. Weiche Knie hier. So. Anton hat gesagt, ich soll hier mal durchfliegen. Aber warum denn nicht? Das ist ja hier ein riesen Loch. Das ist kein Gap. Oh. Äh. Und wir haben noch zu viel gezogen. Ich weiß. Zu viel Angst. Einfach drauf halten. Anton hat gesagt, ich soll da unterdurchfliegen. Geschafft, aber ich habe mich gedupt, aber ich habe es geschafft. Anton hat auch gesagt, Anton, jetzt reicht aber auch mit sagen, dass ich durch das Gitterabend. Er hat mich mit dem 4 Zoll schon durchgebrettet mit Vollspeed und ich habe es geschafft, aber nee, jetzt nicht mit diesem. Zumindest nicht. Oder doch? Oh, dafür, ei, ei, ei. Das Schauban, nee, das Schauban muss ich noch jetzt wieder komplett neu leeren mit den Raids. Das ist hart. Sehr empfindlich geworden, das Ganze hier. Nein, ich traue mich nicht. Hat er sich nicht getraut? Nächstes Mal vielleicht. Anton, ich habe es versucht. Hast du gesehen, ne? 3,6 Volt. Mann. Also fast kein, so gut wie kein, aber gar kein Klob-Warsch, oder? Ich bin jetzt nicht zufrieden gefahren. Ich bin mit meinem Geflieger, aber mit dem selben. So. Ich glaube, das war ganz clever, dass ich einen D-Fild in der Außen-Nummer. Ich glaube, das ist ein D-Fild. Hey. Halbster Hebel. Früher hatte ich den woanders. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.